Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET mit dem guten Beber Butzemann. Hallo. Wir müssen uns heute etwas ganz wichtiges anschauen. Und zwar hat Greg mit einem seiner letzten Updates ein bisschen was an der Erzverarbeitung geändert. Und zwar gehen wir das nochmal anhand eines Iron Ores durch, hätte ich gesagt. Genau. Iron Oar ist ein schönes Beispiel. Okay, das Iron Oar kann man, so wie wir das machen und daran wird sich auch nichts ändern, zuerst in den Industrial Grinder rein. In den Industrial Grinder kommt Purified Crushed Iron Oar raus und ein bisschen Nickel Dust und ein bisschen Tin Dust. Nickel Dust und Nickel Dust und Tin Dust, Gott, Zungenbrecher, werden wir weiterhin verarbeiten, so wie wir es bisher machen, über die Electro Crafting Table. Die werden wir quasi wieder zusammenbauen zum richtigen Dust. Das ist einfach hier so vier Stück zusammen, ergibt ein ganzes, darum kümmern sich unsere Electro Crafting Table. Brauchen wir nichts machen. So, aber bei dem Purified Crushed Iron hat sich was geändert. Und zwar, wenn wir hier mal auf Uses gucken, können wir das Ding natürlich schmelzen. Naja, wir können das, so wie wir es bisher gemacht haben, in die Thermal Centrifuge geben. Und das ist auch der bevorzugte Weg im Moment. Da müssen wir natürlich ein bisschen umbauen. Das heißt, wir werden unsere Thermal Centrifugen umbauen müssen. Und dazu haben wir da hinten ja schon ein bisschen was vorbereitet, habt ihr in der letzten Folge schon gesehen. Neu dazugekommen ist jetzt nämlich folgender Punkt. Aus dem Purified Iron Oar wird Centrifuged Iron Oar und Tiny Pile of Tin Dust. Dieser Tiny Pile of Tin Dust wird bei uns natürlich auch wieder automatisch verarbeitet. Wunderbar, brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Aber der Centrifuged Iron Oar, den kann man direkt schmelzen. Dann können wir wieder ein Ingo draus. Aber wir können natürlich noch mehr draus machen, ist klar. Wenn wir das nämlich durch einen Universal Maserator jagen. Ja, hier. Dann kommt unser geliebter Iron Dust draus. Und mit einer 10%igen Chance kommt noch ein weiterer Dust draus. In dem Fall Tin Dust. Mag jetzt vielleicht bei Tin Dust, bei unseren Vorkommen, die wir ja haben, nicht unbedingt sinnvoll sein. Tin Dust haben wir am stärksten aber gelitten unter unserer Westen. Ah hallo, wir haben 59.000 Tin Dust. Okay, wir haben ja relativ viel Tin Dust gebraucht, um die ganzen Zellen zu bauen. Aber jetzt schauen wir mal bei dem Centrifuged. Ja, und das hat am meisten gelitten. Genau. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben ein Centrifuged Copper Right Oar. Wenn wir uns die chemische Formel anschauen, PT3NI SPD. SPD hat nichts mit einer Partei zu tun. Nein, das sind chemische Zeichen. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, was wir draus machen können. Dann sehen wir halt, eins zweit, im Universal Maserator. Bekommen wir Copper Right Dust und Iridium Dust draus. 10% zumindest. Und das Copper Right Dust können wir dann weiterverarbeiten in der Zentrifuge. Haben wir den ja schon vorbereitet. Zu Platin Dust, Palladium Dust, Sulfur Dust und Nickel Dust. Das klingt doch mal nach einem Plan. Okay. Der Plan sieht folgendermaßen vor. Wir brauchen einen ganzen Hinterfall von Routern. Jetzt habe ich hier mal nur vier. Baust du die Sachen da hinten ab und da drüben wieder hin? Oder sollen wir das dann gleich gemeinsam machen? Okay. Ne, mach ich. Ich packe nur gerade da Redstone-Blöcke. Okay. Ich habe die von unten schon vor kurzem raufgebracht und habe unten wieder ein bisschen nachgefüllt. Wahrscheinlich zu wenig nehme ich an. Ah, okay. Ja, ich packe einfach nochmal ein neuer rein. Gut. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. So. Da kommen nämlich hier Router hin. Und dann kommen hier unten dann auch gleich noch zwei Router hin. Dann kommen hier noch zwei Router hin. Und dann kommen hier noch ein paar Router hin. Warum Router? Das erklären wir dann gleich am Beispiel. Wir haben gesehen, Universal-Maseratoren brauchen wir dafür. Wir haben hier gleich mal sechs Stück vorgesehen. Weil ihr wisst, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig, ordentlich und mit Elan. Also Universal-Maseratoren. Da haben wir gerade mal einen hier. Das ist aber nicht viel. Aber glücklicherweise haben wir dann mal schon ein bisschen vorgearbeitet und haben Rezepte hingelegt. So, fünf Stück brauchen wir noch. Ich hoffe, dass wir die jetzt bauen können, dass mir nichts fehlt. Ja, natürlich fehlt ihm was. Titanium-Platten. Ach ja. Titanium-Platten. Aber wir haben ein bisschen Titanium da. Nehmen wir mal. Ist hier schon Strom drauf auf den Kabeln? Auf den linken, ja. 512 EU. Zu viel. Zu viel? Ja, ich muss die Dinger ja erst hinstellen, wo ich die Upgrades reinmachen kann. Klar. So, die Titanium-Platten kommen jetzt langsam. Jetzt braucht er Eisenplatten. Das sind wahrscheinlich wieder die falschen, oder? Ja. Oder baut er die gerade? Ja, das ist noch ein falsches Rezept. Das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen müssen. Und zwar brauchen wir... Wupp. Nehmen wir mal so ein Stack voll Eisenblöcke. Übertrieben, wie wir das wie immer machen. Nicht Stone, Eisen. Hier. Okay. Einmal. Zweimal. Dann kann er die auch noch bauen. Okay. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Ja, jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, jetzt fehlen ja wieder die Eisenplatten. Ja, ist ja gut. Machen wir ein bisschen schneller da hinten. Weil da haben wir dann auch noch eine neue Maschine, die wir in einem der nächsten Folgen auch noch vorstellen müssen. Ich sehe gerade, wir haben 50.000 Iron Dust. Ach du Scheiße. Okay. Muss man natürlich auch noch eine Sache dazu sagen. Wir haben uns ein bisschen umentschieden. Wir wollten die Sache nicht mehr als Ingotts speichern, sondern gleich als Dust speichern. Es ist immer ein bisschen flexibler. Wirft uns bei manchen Produkten ein bisschen Knüppel zwischen die Beine. Wie zum Beispiel alles, was man in den Industrial Blast Furnace reinpacken muss, was relativ lange dauert. Da haben wir uns auch schon was überlegt. Ob das so funktioniert, werden wir noch feststellen. Kriegen wir aber. Kriegen wir aber ganz sicher. So, such dir dein Zeugs nochmal neu zusammen. Hast du sie jetzt? Universal Maseratoren. Genau, sechs Stück. So, die vertragen 32 EU, 512 Firma auf der Leitung. Heißt, wir brauchen einen Transformer. Upgrades. Da haben wir bloß noch vier Stück da. Na, dann haben wir nochmal. Nochmal. Bauen wir mal zehn. Hey. Und hoffen, dass er jetzt hier alles zusammenbauen kann. Oh, er braucht Kabel. Kupferkabel. Dann mach mal. Schneller. Schneller. Los. Mach hin. Einen Kabel musst du auch von Hand reinschmeißen. Ne, macht er. Haben wir das geändert? Kann sein, dass ich das geändert habe. Keine Ahnung. Er macht es auf jeden Fall. Also, ähm, ich beschwere mich da gerade nicht. Er macht es auf jeden Fall. Ed. Dauert alles nur seine Zeit. Ja, ja, der macht, der macht ganz brav seine Kabel. Wunderbare Geschichte. So, da haben wir schon mal. So, jetzt haben wir zehn Stück. Das reicht mir doch schon mal für die... Nein, reicht nicht. Zwei brauche ich noch. Eins. Und noch einen. Noch einen. Mach. Da haben wir sie. Jetzt haben wir zwölf. So. Die dürfen wir natürlich nicht mehr... Nicht unter Strom hinstellen. Nein, die müssen wir natürlich zuerst mal mit den Transformer Upgrades versehen. Sonst haben wir gleich ein Loch in der Wand. So, sechs Stück. Da kommen dann insgesamt. Drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und was wir natürlich gleich noch machen. Schauen wir mal. Die können wir doch, glaube ich, auch gleich bauen. Die Muffler Upgrades. Sechs Stück. Sechs, sagte ich. Na, kannst du die bauen? Oder fällt dir was? Oh. Warte, es... Ercraftet sich gerade Aluminium, das. Hm, das Falsche. Aber kein Aluminium mehr. Doch, doch. Aber das Falsche. Aluminium Ingres. So, Herr, dann schmeiß doch schnell einfach. Ach, ich bin ja gerade schon dabei. Aluminium. Hast du eigentlich die Lampen hier hingesetzt oder sind das die Überreste von? Ähm, die hat Rivolo hier mal hingesetzt, weil er gesagt hat, bei uns ist es so dunkel. Und da hat er theoretisch und praktisch auch irgendwie recht. Ach, Quatsch. Die siehst du doch alles. Ja. Handelt der hier alles mit den komischen Sch... Ja, mit den scheiß Lampen. Hast du schon recht. Hast du schon recht. Schimpf ruhig. Ja. Torch. Leicht. Bis dann Kamal aufkommt. Okay. Hey, die Muffler-Upgrades. Naja, die lassen wir es immer laufen. Ich hoffe, dass... Komm mal kurz zu dem Router hier. Jupp. Welchen? Ähm, einfach den ersten. Okay. Wenn ich hier umschalte, siehst du das? Nein. Ich muss hier einmal raus und einmal rein. Meinst du hier nichts? Okay, dann musst du selbst da draufklicken. Wenn du auf diesen Minus Minus drückst... Ja. ...ist du die ganze Maschinentusch. Genau. Ja, und wenn du da jetzt auf das erste drückst oder einmal draufklickst, dann steht da Thermalzentrifuge. Ah, warte mal ganz kurz. Da gibt es eine... War das nicht so, wenn ich mit dem Portablen-Scanner draufgehe? Zeig dir mir den Namen des Blocks an, und zwar Thermalzentrifuge ohne Leerzeichen. Ja, der hat hier zwei Leerzeichen. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau... Ja, du musst da... Jetzt kannst du da... Ich typisch. ...dreck machen und dann Zentrifuge hinschreiben. Genau. Geht er da nicht durch. Ich weiß nicht, wer da den Fehler gemacht hat, aber... Da ist nur ein Leerzeichen und... Am besten aber ohne Leerzeichen, weil das, was der Portablen-Scanner macht, ist eigentlich das, wonach der Router sucht. Das ist der... Ja, aber er geht auch der Name. Na, also... Das geht beides. Also der interne und der angezeigte. Aber mit zwei Leerzeichen funktioniert das nicht. Gut. Das muss man umstellen. Gut. Also das stimmt auf jeden Fall. Was wir bisher noch gar nicht gesagt haben. Dieser Item-Router ist verdammt intelligent. Und zwar, wenn man eben hier mit diesem Maschinen-Upgrade... Oder? Heißt das Maschinen-Upgrade? Maschinenfilter heißt es, genau. Mit dem Maschinenfilter bestückt. Ja, Maschinenfilter. Dann sucht er alle Maschinen, die dranhängen und die aneinanderhängen, sucht er alle durch. Das heißt, dieser eine Router hier könnte theoretisch alle sechs Maschinen sogar bestücken. Das heißt, da sind wir noch richtig flexibel. Da können wir uns dann mit den E-Furnaces, die wir dann rechts daneben packen wollen, so richtig die Kante geben, was Automatisierung anbelangt. Seid gespannt. Das werden wir euch dann auch noch zeigen. So, dann packen wir hier mal das Schild weg. Ja, war klar, dass das Kabel jetzt auch weggeht. Verdammt. Jetzt brauchen wir da eine Farbe. War doch blau, glaube ich. Ach ja, blau. Ja, im Moment ist ja noch kein Saft drauf, hoffe ich. Nein. Außer unten könnte was drin sein. Ich habe es abgenommen. Okay. Dann brauchen wir ja mal... Nicht Clou. Clou habe ich kein. Clou habe ich. Spray can blue. Warum lege ich mir das eigentlich nicht gleich in meine Hotbar? Ja. So, da rein. Und dann hier einmal anlackieren. Gut ist. Und was wir mit dem Aufbau hier auch gleich mal testen wollen, ist, in einem der letzten Industrial Craft Updates war noch Player, wenn ich mich recht entsinne, ein bisschen involviert und der hat was am E-Netzwerk geändert. Und ich hoffe, dass der Bug, den wir dann mal erwähnt hatten, dass der jetzt vielleicht gefixt ist, dass man an den HV-Transformer nur an eine Ausgangsseite was ranhängen kann. So, das werden wir aber dann gleich mal testen. Also 32 mal 4 macht 128 mal 4 macht 512. Das sollte dann passen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich nur noch vergessen, da was drunter zu setzen. Das müssen wir hier aber auch noch drunter setzen. Denn das, was wir reinstecken, müssen wir auch irgendwo da rausholen. Wie viele wir von den Routern unten dran setzen, müssen wir nochmal ausprobieren. Vielleicht reicht uns Pro 2-Reihe einer. Weiß nicht. Du kannst ja auch noch Speed-Upgrade machen. Ja, das reicht. Sehen wir auf jeden Fall noch. Also auch hier ist es so, ich mache mal ganz kurz hier auf. Der hier kann sich um die ganze Maschinenwand kümmern und die Sachen extrahieren. Wobei, ich sage aber nicht From Top Sides, oder? Eigentlich From Bottom, oder? Oder ist das die Seite, von dem er das... Ich habe keine Ahnung, auch von welcher Seite man da aufzugreifen kann. Müssen wir austesten. Also du hattest es drüben, glaube ich, From Top Sides und es hat funktioniert. Wir werden es ja gleich sehen. Wir haben kein Herz. So, und dann... Die stecken jetzt alle schon dran. Dann brauchen wir hier noch... Hast du hier... Precision Export. Okay. Dann brauchen wir noch zwei Precision Export. Precision Export 2. Und dann brauchen wir natürlich das Material, das wir durchjagen wollen. Und zwar war das das... Nein. All... Das ist der hier. Cent Refuged. Da haben wir... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf verschiedene Sorten schon wieder ist. Das ist ja der Hammer. Gut. So, dann schauen wir mal. Also... Ach. Ich hätte vielleicht doch Maschinenfilter noch zwei Stück holen können. Das wäre vielleicht ganz intelligent gewesen. Maschinenfilter. Da hatte ich doch auch schon ein bisschen was vorbereitet. Manche Sachen muss man einfach mal ein bisschen vorbereiten. Dann geht es ein bisschen schneller. So. Dann. Maschinenfilter. Shift-Rechte-Maus-Taste. Shift-Rechte-Maus-Taste. So. Und um zu wissen, wie der Block drunter heißt. Rechte-Maus-Taste. Mit dem Scanner. GT-Pulverizer. Um genau diese soll sich jetzt dann dieser Block kümmern. Also. GT-Pulverizer. Da haben wir es doch schon. Und auch hier soll der GT-Pulverizer. Insert. Insert. Passed. Jetzt kann man... Sollen wir hier gleich noch den... Bandwidth-Upgrade reinmachen? Hätte ich fast gesagt. Können wir erstmal... Können wir auch erstmal weglassen. Probieren wir es einfach mal so aus. Schaden putzen nicht. Nö. Hier bei den... Thermalzentrifugen habe ich das Band... Bandbrat reingemacht. Damit... Der muss halt immer Hitze aufbauen. Und die ist von Item zu Item unterschiedlich. Und da ist es halt besser, wenn ihr die im Stack reinpackt. Aber bei dem Masterator... Kannst du die auch einzeln reinpacken. Also wir können es erstmal ohne probieren. Dann verteilt er das besser. Kannst du unten mal das Netzwerkkabel einstecken? Ja. Weil der blinkt nicht. Ich habe das extra noch getrennt, damit der noch nichts... Ja, im Moment ist es auch noch nicht so dramatisch. Wir müssen dann eh gleich nochmal um Strom uns kümmern. Ich habe jetzt auch erstmal nur zwei unterschiedliche Arten in die zwei Router reingepackt. So, jetzt müsste er eigentlich anfangen. Genau. Jetzt fängt er an, die Sachen hier reinzupacken in den Masterator. Und zwar die zwei, die wir eben gesagt haben. Kupfer und Eisen. Das macht er jetzt zwar stückchenweise, aber im Gegensatz... Das ist hierbei besser, weil er verteilt ja so, weil die kompletten Maschinen. Ja. Im Gegensatz zu... Dann ist man ja nicht auf die verschiedenen Temperaturen achten. Genau. Weil bei der Thermal... Sonst hitzen die nur auf und kühlen wieder ab. Genau. So, und jetzt brauchen wir noch Strom. So. Ach ja, Moment. Da ist der Transformer. Transformer. Wo, wo hast du... Ah, ich habe ihn. Gut. Ähm... Ich überlege gerade. Wollen wir es mit MFSU machen oder mit Chargerboxen? Ach komm. Wir haben die MFSUs. Hätte ich auch gesagt. So, einmal hin. Einmal nach oben drehen. Nein. Nach unten drehen. Das war ja verkehrt drin. Nach unten. Nach unten. So. Oh, und lautstark geht es schon los. Fix der da. Weil da haben wir schon mal ein Energiekristall drin gehabt. Der ist ein bisschen geladen. Kann ich schon mal loslegen. Und jetzt könnten wir hier noch zwei weitere MFSUs hinklemmen. Was wir auch gleich noch machen. Und nehmen wir erst mal zwei Lapotron-Crystals. Na, eine reicht uns erst mal. Genau. Eine MFSU. Da haben wir ja eine ganze Handvoll davon. Mit ein bisschen Energie gespeichert. Und dann nehmen wir noch einen Lapotron-Crystal. Hast du was wieder ausgemacht? Nee. Der war wahrscheinlich Saft jetzt aus. Soll ich gleich nochmal einen Crystal mitbeben? Naja, der hat noch Power in der MFSU drin. Ich hab nix verdreht. Der müsste eigentlich richtig stehen. Ja, aber der hat ja nix. Saft hat er. Ja, weißt du warum? Weil er es nicht abholt. Da ist ja nix zum Abholen. Achso, doch. Da ist ein. Und der braucht immer einen. Das für ein Kack. Ja, 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 ja. Die Beschwerde kannst du an Greg richten. Und warum? Das ist das für ein Kack. Okay, damit haben wir das jetzt auch geklärt. Ach, es kann daran liegen, weil, aber das ist auch eigentlich Unsinn. Jetzt spuckt ja manchmal zwei Slots raus und jetzt ist nur einer frei, aber der eine ist ja schon. Genau das. Wir können jetzt den Item-Router hier einfach umstellen auf alle Maschinen. Ja, das macht der Mist. Weil dann geht da auch oben die Route ab. Ja, dann müssen wir hier dann tatsächlich nochmal einen Item-Router hinsetzen. Einen Router hinsetzen mit. Du kannst versuchen, wenn du in einem Router, wo Thermalzentrifuge steht, wenn du dann diesen senkrechten Strich machst. Und mit oder. Und dann da die GT. Irgendens hinterschreibst. Okay, warte mal. Thermal. Zentrifuge. Pipe. Einmal Pipe. Ähm, geht die Maserator. Wie ist der? Pulverizer. Genau, Pulverizer. Genau, ja, ja. Ja, geht. Gut, ich würde sagen. Das ist ja laut. Ja, du kannst ja gerne mal gucken, ob meine Sound-Mufflers schon fertig sind. Mh. Wo sind das Muffler-Dingens? Änder mal da schnell ab. So, jetzt laufen beide Seiten. Das ist richtig laut hier. Heieieieieieieiei. Ja, aber das geht schon richtig gut, hätte ich gesagt. Ja, das geht schon richtig gut. Da muss man echt mal ein bisschen weggehen. Ja, dann gucken wir mal. Oh, das ist Woodpulp. Genau, Woodpulp. Ach, das hätte ich ja, okay. Ja, oder neue. Zur Not kannst du auch diesen anderen Sound-Muffler hier mal hinsitzen. Vielleicht hilft dir auch schon. Ja, wer haben wir denn jetzt? Ich muss das mal reinschreiben. Ja, wir sind aber. So. Kupfer. 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 Bärn. Zimt. Blei. Verteilen wir es einfach großzügig auf beide. Silber. Bauxit. Galina. Hast du hier einen anderen Sound-Muffler hingestellt? Nö. Ich höre überhaupt nichts mehr, als ich gerade zurückkam. Ich habe hier nichts hingestellt. Aber jetzt ist sowieso der Sound-Muffler drin. Sehr schön. Jetzt ist es ruhig. So, und jetzt haben wir einfach mal den Export-Bus hier befüllt. Den Export-Bus hier befüllt. Lied. Schauen wir mal. Lied. Passt. Sieht gut aus. So, und das Schöne dabei ist, dieser eine Router da unten reicht uns sogar schon, weil die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Thermalzentrifugen und der universellen Maseratoren ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt das, wo hunderte von Items innerhalb weniger Sekunden rauskommen. Das kriegt ja noch ganz gut im Griff, sage ich mal. Und wenn das mal eine kurze Sekunde hier stoppt oder stockt, wie auch immer, hätte ich gesagt, ist das ehrlich gesagt kein Problem. Er hat auch einen Speed-Boost und den Bandbreiten-Update drin. Genau, also da, sage ich mal, das reicht uns auf jeden Fall für diese Seite. Dann machen wir nämlich hier auch schon wieder zu. Und wie wir die ganzen E-Furnaces hier hinstellen, das zeigen wir euch heute nicht mehr, sondern das zeigen wir euch erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und immer daran denken, wir kriegen das gebacken. Tschüss. Ciao. Tschüss.